Bisschen schon was aber noch was, ne? So, äh, kurzer, kurzes Video hier, wir sind jetzt gerade bei der Lemechine, ne? Hier sind die, gerade was am Trinken, hier ist der Rebond, ja, das ist der Rebond, Saluti, wo wurden noch Modulation auf eins? Da war der Garde und, äh, Garde ist hier gerade was am Löten und zwar ein... Da sagst du ja, Nico. Da Delta, Esho Master Plus, eine Starbo 4012N, die sehen wir hier. So, und jetzt schauen wir mal dem Garde ein bisschen bei seiner Arbeit zu, würde ich sagen, äh, wie er das so so macht. Mit ganz primitivem Material von Rebond. Genau, Rebond hat den Willkommensverfügung gestellt, jetzt schauen wir mal. So, er ist schon fertig. Ja, da muss man nur noch wissen, dass das funktioniert. Funktioniert. Das war's schon. Ja, ja. Ich, äh, geh im Auto hörschen. Das war's. Ja, das war's. Es ging eigentlich ganz schnell. So, und, äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ach, schon. Lieb eigentlich. Jo, 17. Nee, äh, 14. Warte, 17. Jo. So, und jetzt kommt der Test. Jetzt werden wir mal schauen, ob das hier auch funktionieren. So, das war's mal mit meinem� Fisch. Ja, die schlagen sie nicht auf, mein lieber Assutant, aber das machen wir mal ein bisschen, ne? mit dir Mensch so ein Nebel schon einfach her das kommt natürlich auch alles später auf YouTube könnt ihr euch dann anschauen Jo Remo 3 4 5 Cento wie ist denn das da? Cento Cento Wunderbar Jo und heil nicht so etwas falsch ja machen wir nochmal ein Checking 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6 ja ist gut, Campcomment nix äh mein Triebmann tot, oder? tot tot ja gut, Triebmann wunderbar halbschnitt halbschnitt wunderbar Cento, alles klar loskommo hin Jo ja, und somit ist der Test erfolgreich bestanden würde ich mal sagen und ähm ja, bis zum nächsten Mal tschüss, bis dann, tschau tschau